Erneut ein herzliches Willkommen hier zurück zum nächsten Part. Ich hoffe diesmal funktioniert es. Mir ist es jetzt schon zweimal irgendwie total hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob Straps dabei abgestürzt ist oder keine Ahnung. Schon echt merkwürdig. Aber jedes Mal ist der Ton einfach verschwunden. Deshalb beeilen wir uns hier jetzt einfach mal und ich mach nachher einen Zwischen-Cut. Da ist es doch ausgerannt, das Skelett. Komm Spinnchen, Spinnchen, Spinnchen. Da haben wir noch eine Ratte, die nehmen wir auf den Wirt. Komm. Zack. Zack. Erledigt. You got busted. So, oben rum. Den da. Den. Möchte gern hier noch. Komm her. Eine Abbreitung fällig. Noch einen Trank. Jetzt nehme ich nämlich auch ganz schön den Mangel. So. Und der da. Geschafft. Die da hätten wir. Sagen wir hier Gräber. In einem von denen ist ein Skorpion drin. Den wir nicht besiegen können. Wie gesagt, ich war hier schon leider schon. Das heißt, da unten ist wieder ein Skorpion drin. Das lassen wir mal, sonst verrecken wir direkt. Na, Goldmünzen näher. Jetzt brauchen wir noch. Hm. Nimm mir so viel. Speichern mal wieder. Und ich mache kurz Stopp. Und weiter. So, dass die Parts mal gesichert sind gerade. Ja, komm her. So. Wo sind die nächsten? Oh, oh, go. Goal, goal, goal. It's called a ghoul. Das war jetzt halt etwas ungünstig. Verdammt. Ich hätte mich doch nochmal heilen müssen. Ich dachte, wir schaffen es ohne noch einen zusätzlichen Trank. Und weiter wäre mal ein Level aufgestiegen. Und dann wäre mal sowieso komplett geheilt. Einen, der manchmal auf einen einprügeln muss, weil er nicht trifft. Das ist schon bitter. So, einen Trank müssen wir noch nehmen. Und dann gib ihn. Komm her, komm her, komm her. Und gib. Zack, 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 zack. So. Dann noch ein paar brauchen wir. Noch ein bisschen. Komm schon. Das ist irgendwo eine Spinne und ich sehe sie nicht. Ah, verdammt, bin fast level up. Sehr gut. Geschafft. Da haben wir ziemlich Tränke gespart. Und dann updaten wir uns doch mal. Dazu erst nochmal safe. Und dann Updates. Zwei da rein. Einer. Zwei da rein. Treffen wir mal ein bisschen mehr. Und als Fähigkeit. Und als Fähigkeit. Sollen wir mal einen Magie-Spruch uns holen? Oder das Glättbeschwören? Das Glättbeschwören, da hätten wir einen Gefährten. Das fände ich eigentlich ganz cool. Wie wunderbar. Anstatt diese nutzlose Nebenfähigkeit. So, speichern wir nochmal. Und. Ah, verdammt. Explosionsding. Da liegt Gold rum. Ist da noch was? Ja, ein Rubin. Sehr gut. Den hätten wir auch gefunden. Dann gucken wir uns da oben mal um. Da ist ein Ghoul. Oh, da ist Glätt. Habe ich mich verguckt? Anscheinend schon. Da sind Goldmünzen. Mitnehmen. Da ist doch ein Ghoul. Ah, Prellot nochmal. Die schaffen wir ja alle. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, von wegen. Die schaffen wir alle. Wo ist eigentlich unser Skelett geblieben? Das hat sich nämlich voll aus dem Staub gemacht. Das ist, finde ich, jetzt ein bisschen frech von dem. Wir haben es jetzt gerade heraufbeschworen. Da macht es sich aus dem Staub. Elendig ist. Da haut es nämlich einfach ab nach unten. Der liegt eine Picke. Die habe ich ja total übersehen. Das ist besser wie meins. 3 bis 12? Nee. Ist es leider nicht. Da liegt jetzt noch ein Rubin. Ui, ui, ui. Gleich mal speichern. Da haben wir was Teures bekommen. Und dann... Ach, den Scheiß kaputt. Gut, komm schon. Ja, komm mal. Einzelne hier, bitte. Nimm ich den Ghoul und die Spinnen? Schaffe ich nicht. Das wäre ein bisschen gut, hoffe ich. Komm, er ist die Letze. So. Ein Heidrank. Wo kommt denn der jetzt wieder her? Komm schon, stirb. Geht doch. So, Skelett beschworen. Aber keine Feinde mehr. Schade. Zu spät würde ich da behaupten. Oh, verdammt. Lau... Mist. Laufen ist dann immer so viel. Ich möchte die Scherben wegmachen. Warum geht das nicht? Da lag nämlich noch Gold. Schade. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Ah, Renn. Okay, dem sind wir diesmal entflohen. Das Skelett hätten wir auch. So, was ist denn den Krügen drin? Gold. Nochmal ein bisschen Gold. Und ein totes Skelett. Und da ist noch ein Ghoul. Gleich mal wieder einen Heidrank rein. Den schnappen wir uns. Komm her, Ghoul. Komm her, Ghoul. So, Skelettschlägerei. Sehr schön. Beziehungsweise, was heißt hier sehr schön? Mir gehen die Eidtrinke aus. Und die Dinger nerven auch extremst. Skelett hilft mir irgendwie immer nur in dem Bereich, in dem ich es beschwöre. Ist zu blöd, um uns zu folgen. Wah, verdammt. Elend riecht die Viecher. Aber echt, wo die überall sind, das ist der Wahnsinn. Ey, ich will da den Trank. Verdammt. So, dankeschön. Da ist was drin. Speichern wir erstmal. Und dann looten wir das aus. Stiefel, sehr schön. Kann man gewinnbringend an den Mann bringen. Das klang nach einem Ghoul. Oh, guck an. Da geht's ja auch noch weiter. Dann erstmal die ein bisschen blätten. Spinner, stirb. Elend ist ein Mistvieh. Setzen wir das Skelett mal dahin. Und machen hier im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute. Und natürlich war das ein kleiner Witz. Natürlich machen wir hier noch die 15 Minuten voll. Die ist ja nicht mehr lang. Und. Zwei Ghoul. Ich glaube, ich nehme einen Stärke-Trank. Draufhauen, draufhauen. Komm her. Okay. Okay. Ich könnte da mal ein Skelett hinhauen. Dann darf ich das mal mit dem kloppen. Ja, weg hier. Renn doch. Ist auch zu blöd zum Rennen. So. Bäm. War ich das jetzt? Ich glaube nicht. Ha, Gott. Nur drei Tränke. Und bei mir ist Ausrüstung kaputt. Was denn? Genau. Oh, Schwert. Kann man das jetzt reparieren? Mit unserem tollen Zauber. Ah, verdammt. Abbruch. Schwert. Schwert. Ei, 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 ei. So, jetzt das benutzen. Für. So, nochmal. Zack. Für. Ha. Sehr gut. Haben wir uns das geschafft. Dann heilen wir uns mal mit Genesung. Den Zauber haben wir ja auch noch. Dann haben wir erstmal keine Verwendung mehr dafür. Speichern nochmal eine Runde. Freuen uns, dass es momentan ganz gut läuft. Und sehen uns mal nach unten um. Können wir nicht rein, ne? Ah, noch ein Ghoul. Ghoul ist ja Ghoul. Hey, ohne viel Schaden. Sehr gut. Hm. Da ist er. Komm her. Jetzt haut er mich ab. Was soll denn das? Bleib stehen, du Elende. Bleib stehen. Ah, sehr gut. Hm. Hier rüber. Da sollte ich oben bleiben. Ich weiß es einfach nicht. Ei, ei, ei. Nein. Sieh mal. Das ist doch einleuchtend. Du kannst nicht essen, weil du keinen Magen hast. So, so? Wie kommt es dann, dass wir sprechen können? Wir haben doch auch keine Stimmbänder. Erklär mir das mal, du Schlaumeier. Da, da hast du recht. Genau genommen haben wir ja auch keine Muskeln und kein Fleisch auf unseren Knochen. Was hält uns denn eigentlich zusammen? Am besten gar nicht darüber nachdenken. Ich habe keine Lust vor lauter Philosophie auseinanderzufallen. Ekelhaft. Das ist aber jetzt irgendwie göttlich. Ah, schön. Schön, schön, schön. Das hier ist super gemacht. Oh, wir haben Fleisch. Komm schon. Aber das war ja mal so eine geniale Sache gerade. Sie haben darüber philosophiert. Bergbauschaufel. Die nehmen wir mal mit. Wer weiß, wo man eine Schaufel noch benutzen kann. Den Rechen kann man bestimmt auch nochmal irgendwo benutzen. Da geht's rein und da noch geht's noch rein. Erst einmal hier rüber. Und da lag Gold. Zack. Oh, da geht's noch tiefer. Wie tief sind wir denn jetzt eigentlich? Schon einiges, oder? Ah, noch ein Goal. Zwei Goale. Ich glaube, ich nehme meinen Mana-Trank und heile mich mal eine Runde. Erledigt. Jetzt haben wir da eine kleine Flasche. Da noch irgendwas drunter. Nö, wahrscheinlich so. Komm schon, komm her. Komm, komm. Bleibst du bald stehen? Bleibst du bald stehen? Ne, mit dir. Komm. Geht doch. Oh, jetzt du auch noch. Musste er mich natürlich noch in eine Falle locken. Ist hier noch einer? Oder haben wir jetzt alle? Lauf. Verdammt. Ich hasse diese Dinger. Weil es sind so viele. Aber da oben lag noch ein Buch. Das Buch holen wir noch und dann gehen wir an den nächsten Part. Zehnter Ottavianus. Ich habe eine Möglichkeit entdeckt, Tote als Untote wieder auferstehen zu lassen. Dies ist zugegebenermaßen noch weit von einer wirklichen Wiederbelebung entfernt, doch bin ich wenigstens auf der richtigen Fährte. Habe gestern meine gesamte Dienerschaft getötet, indem ich ihr Rattengeschnetzetes mit Gift versetzte. Ich habe sie alle bereits wieder zum Leben erweckt, in Form lebender Skelette. Das erspart mir nicht nur einiges an Lohnzahlungen, sondern behebt auch das Problem mit ihren Belegungen. Das war ja ein echt sehr netter Zeitgenossen. Naja gut, wie gesagt, wir sammeln den Wernsteiner auf und sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.